Hallo, guten Tag, liebe Freunde, liebe Fans, liebe Zuschauer, liebe Banden. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Indiana Jones, 18. Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist euer Justus König, bekannt als Indiana Jones, der andere, oder euer Captain America. Hier am 1. Mai, Tag der Arbeit, wo im Jahr 1886 Arbeiter in Amerika gestreikt haben, für 7 bis 8 Stunden. Tag der Woche haben damals gestreikt, ca. 400.000 Arbeiter. Heute bin ich unterwegs in der Heunenschlucht. Neben der Seltenbach-Schlucht. So heißt es, Seltenbach-Schlucht. Ja, wieder Seltenbach und Seltenbach-Schlucht. Ja, Seltenbach-Schlucht. Seltenbach läuft hier. Da unten. Und da weicht hier die Heunenschlucht. So heißt es ungefähr. Und da geht es von Seltenbach-Schlucht. Hier fängt es an, bis nach vorne und das Ende. Schön abenteuerlich. Und das ist hier bei Wiltenberg, Klingenberg, also Landkreis Wiltenberg, Klingenberg, Ort heißt auch Klingenberg und Bayern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Action-Abenteuer-Video mit der GoPro Hero 8, Play-Kamera jetzt gefilmt und mit der Huawei P20 Pro gearbeitet und auf YouTube hochgeladen, Instagram und TikTok und so weiter. Viel Spaß beim Film und Action. Euer Justus der Abenteuer. Vorsicht nicht mehr, komm mal runter. Vorsicht. Dann lässt du aber hier schon. Weiter. Heunenschlucht, aber wir stehen. Vorsicht. Heunenschlucht. Ach, ich hab doch auch einen Aschenschluch. Du kannst jetzt mal drauf laufen. Kannst du das mal stehen? Ja. Machst du hier auf den Rucksack auf? Dann kannst du eh nicht weit laufen. Du kannst auf den Rucksack auf. Du kannst auf den Rucksack auf. Ha, das ist gut zu drehen. Heunenschlucht. Jetzt laufen wir durch die Heunenschlucht. Bei den Seltenbach-Schlucht. In Bayern bei Klingenberg. Landkreis Miltenberg. Heunenschlucht. Schauen wir uns die Heunenschlucht an. Da haben wir hier einen Steilkurzfeld gemacht. Da haben wir hier einen Steilkurzfeld gemacht. Dann können wir mal Aschenschlüge hören. Dann schnapp ich wieder. Oh, Scheiße. Hallo. kommt schon wieder leute viel los Hallo Ich bin der das ist eine Schluchtende das ist eine Schluchtende das ist eine Schluchtende oder irgendwie heißt es Rente was ist ja viel los ja die Halsschlucht ist jetzt in der geht bis vorne hin und dann gehts wieder zurück so ist die Halsschlucht erst mal ruft schau mal so ja der ist nicht mehr eingespeichert gucken wir es nur eine seltene Bachschlucht ist eingespeichert so 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 schau mal das ist dass das ist so schau mal Das war's für mich. so gehen wir jetzt hier weiter da runter meine Nase ist dann verstopft das sprengt mich mal so gut, aber es geht noch leider kann ein Dachstock nicht dabei einstecken und da ist wieder das Steinkunstwerk, haben wir hier Kinder gemacht dann gehts hier weiter runter dann kommen wir unten wieder an die Zeltenbachschlucht an so 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 Heunenschlucht, das war die Heunenschlucht so Justus König, bekannt als Janashons de Andro oder Erkob Amerika bekannt von den so 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 so